Als ich wieder zurückkam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen Rottenspieler abknallen und fertig. Ich glaube, das haben wir doch im letzten Let's Play schon gesehen. Wir werden doch jetzt gleich gerettet, oder? Das heißt, ich drücke E. Welcher Panzerwagen? Egal. Oh. Sehr gut. Was ist das für eine Scheiß... Wie ich mein Leben hasse und alles hasse. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig, der Drittel. Jaja. Okay, wir laufen jetzt hier irgendwo hinterher und werden uns freuen. So. So. Nein. Hallo. Oh. Äh. Ja, super. Egal. Hinterher. Nein. Hallo. Wo sind die jetzt hin? Egal. Wie schön sie auf uns gewartet haben, unsere neuen Freunde. Nothing for us. Oh, die haben ja richtig aufgeräumt, hey. Leck mich am Arsch. Alter. Die haben ja echt die Ruhe weg. Die sind ja gerade reingelaufen. Rumgeknallt ohne Ende. Jetzt chillen sie erstmal. Will ich auch machen. Du solltest das Geschütz bemangen. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Nein, ich hab keine Hände. Also Leute, viel Glück. Ja, viel Glück. Okay. Wow. Ah, okay. Woo. Woo. Nein. Ich glaube, ich kann es gerade noch halten. Naha. Ja, ist klar. Wenn du schießt, dann tu, was ich dir sage. Nee, wir sind ja auch gerade im Tarnmodus hier. Uns ist ja keine Sau. Ja, diese Geräusche bilden wir uns gerade bloß ein. Na, steht da. Ah, okay. Ah, lassen wir mal aus. Wir sind im Tarnmodus. Drücken sie eh. Aha. Hallo. Muss ich jetzt irgendwie hier eine Hymne tüten? Oder, oder... Okay, ist das gut oder schlecht? Alter, wie sind die eigentlich hier durchgekommen? Um bis zu nicht gleich anfangen zu schießen. Ach, das wäre jetzt so einfach wieder. Aber na gut, wir folgen einfach mal dem Spiel. Hier draußen. Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportpunkt. Ja. Äh, wir... Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mohnen liefern. Ja. Wir haben ihre Mohnlieferung bereits bekommen. Wer sind Sie? Heben Sie ihr Visier an. Halt! Hallo! Ich will schießen! 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 Geht doch. So, wir drehen uns mal. Oh. Schießen wir mal auf die. Und wieder. Und wieder. Treff ich eigentlich? Ich glaube nicht. Egal. Ist der da noch nicht tot? Schießen. Oh. Oh. So, der ist tot. Der ist auch tot. Da brennt was. Mein Gott. Ich bin gerade Silvester. Wo hast du denn hinz'n? Der ist gerade tot gewesen. Wo denn? Ach, keine Panik. Oh, ich kann mir aber keine Medics geben. Ist das blöd. Da kommt keiner. Wow. Und jetzt? Alter, ich kann mich gar nicht schnell gut drehen, ey. Ähm. Ja, ist klar. Einfach mal dunkel machen. Weißt du, schotten dich und sterben. Ist ja ganz toll. Wie soll ich die eigentlich alle... Ja, weg bin. Ach, nee. Ja, ich schieße ja. Also, wenn wir einen umbringen müssen, dann diesen einen Tissi da. Weil der hat uns ja wirklich hier... Hab ich den da? Nee, ich glaube nicht, dass ich den hab. Ja, ja. Okay. So, schauen wir mal zu dem hier mal. Ist der hoch? Keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Ach, ja. Was? Noch einer. Okay, der ist auch tot. So, jetzt kommen die zwei hier noch. Oder, nee, warte mal. Die kommen jetzt gleich. Ich tu jetzt einfach mal... Ja, würde ich ja gerne. Ich komme gar nicht weit rüber, hey. Okay, einer noch. Wo denn? Ah, da. Okay. Wer soll sich nur mal trauen hier? Ach, komm schon. Wir geben aber auch keine Pause hier. Alter, kann der jetzt hier mal? Endlich. Wer geht es denn jetzt? Ah, okay, okay. Gut, haben wir das auch. Ja, ich schieße, ja. Okay, das ist auch tot. Alter, hey. Wo haben die auf einmal die ganzen Karren her? Nehmen wir uns vor mit so einem... Mit so einem komischen Gedöns da. Oh, fuck. Mit so einer Hebelkarre irgendwie da. Durch die Gänge gepumpt. Und jetzt haben sie auf einmal hier alle motorisierte Wägen. Na, toll. Für was habe ich eigentlich Beine? Fuck, was ist das denn? Mein Gott, es ist ein Panzer. Wie ein Panzer, was ist das denn? Alter, hat es mich gerissen. Wow. Wollte da eigentlich gerade hingeschlossen. Ne, geil. Wow. Na gut. Ja, fuck. Ich kann mich gar nicht so schnell drehen, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, teilweise. Oh, die zu linken. Der ist eine Wand, Wäulein. Das ist echt eine... Na gut. Äh. Ja, super. Okay, okay. Ah, okay. Da kommt wieder einer. Ich glaube, ja. Sehr schön. Oh, das ist auch mal so ein... Wow. So ein Knall. Ach, der lebt noch, warte mal. Hab ich den? Weiß ich nicht. Einfach mal draufholzen. Hoffen, dass was passiert. Was geht das denn da? Ich weiß gar nicht, wie ich ihn schießen soll bei dem Kerl. Wow. Okay, 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 okay. Alles klar. Und jetzt? Puh, gerade noch davon gekommen. Ich finde das ja aber gerade nicht so toll, ehrlich gesagt. Können wir weiterfahren, vielleicht? Äh, bitte was? Alter! Ich glaube, das ist nicht gut. Der richtig fette Geschützturm oben drauf. Oh, der dreht ja nicht. Da hat man Bock, oder? Deke Stützen. Oh, ja, nee, ich glaube, ich bin mit der Waffe ja gerade ganz zufrieden. Alter, wie weit geht's denn noch? Wir haben ja schon mindestens fünf von diesen Dingern jetzt abgeknallt. Ah, alter Falter, war's das? Oh. Oh. Ist alles gut gegangen zu sein. Ja? Soll ich? Ah, das klingt ja gut an. Was ist das denn? Ja, lass mich vor, wenn du dich schon nicht traust. Hier? Nee. Äh. Ich bin noch da! Nein. Was wächst denn hier auf einmal? Das ist nicht zum ersten Mal. Volles komische Kraut. Ist schon irgendwas aus? Äh. Atmen oder so. Keine Ahnung. Na gut. Und ein Koffer. Ah Gott. Ich hab aber nicht gelernt, wie man Türen öffnet. Und ein Cut. Das Depot. Ohne Text. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten. Schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal. Lag ich falsch. Du, 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 war klar. Und weiter geht's. Ach, wir fahren wieder. Ohne Geschütz. Also blöd. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Ah, wahrscheinlich darf ich gleich wieder auf irgendwelche Viecher rotzen. Vorsicht, du! Oh, verdammt! Halt! Gott, das... Ja! Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, ducken oder schießen. Erstmal mit etwas früher mit der Info. Ja, unheimlich hier. Oh Gott. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann musst du tot. Ja, meine Fresse, Lava doch. Gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Hör zu. Wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Und ein Speicherpunkt. Das heißt, wir werden jetzt gleich... Oh, reingeworfen. Licht. Hier muss jemand sein. Ja, da vorne hin. Erledige ihn, Option! Stopp! Dies ist der Start. Jetzt müssen die Schuhe wieder rauskommen. Oh, fuck! Ja, okay. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Yay! Wo schaffst du denn hin? Oh! Ach, da ist doch alles klar hier. Welche Patzerung eigentlich? Ist das ein bisschen Eisender? Na gut, okay. Oh! Danke! Das war mal ausnahmsweise rechtzeitig. Oh, ein roter Grafikfehler. Ich freue mich ja so auf morgen. Da kommt mein Kumpel mit der Grafikkarte. Und ja, dann tauschen wir sie mal aus. Fahren eigentlich ohne Probleme über diese Dreckshaufen mit dem Gerät. Ich verstehe das gar nicht. Oh mein Gott! Warum nur? Oh! Hallo! Kann er doch nicht... Na. Oh! 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 Okay, cool. Na, super. Und jetzt kommen schon wieder gleich irgendwelche blöden Viecher. Alter Schwede, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Kein Licht. Das ist der Bau. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Ich denke mal, das ist ganz, ganz schlecht, dass wir uns hier jetzt befinden. Vor allem, das ist ja riesig hier. Alter. Ah, toll. Hier ist noch... Wow. Nachgeladen ist alles. Ich glaube ich nehme mal die Dicke. Wow. Was war das denn? Nur Salis? Töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Wow. Ja, so wird man die Schüsse losziehen, Alter. Alter, was ist das denn für komische Viecher hier? Ja, die Waffe ist geil. Nur das Nachladen ist nicht so prickelnd. Aber es ist langsam mal. Schneller wäre nicht schlecht, glaube ich. Ich lebe aber noch, oder? Ich lebe noch, alles ist klar. In your face. Lebt er noch? Ich kann mal nachladen. Ich hab keine Ahnung. Wow! Alter! Ähm. Ich stell mich mal hin. Wow! Vielleicht auch nicht. Fuck! Nicht schlecht. Ja. Natürlich haben wir es überlebt. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, wir laufen mal einen Tacken. Die werden wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Richtige Richtung ist es schonmal. Oh! Ist interessant. Kann man hier... Maybe? Vielleicht? Bitte? Nein? Okay. Oh! Das ist... Hallo? Ich... Ah, jetzt... Okay. Jetzt hab ich schon gedacht. Okay. Da vorne scheint irgendwas zu sein. Hallo? Jetzt... Die Frage ist nur... Was? Ähm... Muss ich hier rein? Ah! Da hat sich wohl einer schon zurückgezogen gehabt. Ich kann nichts nehmen. Warum auch immer. Wo? Alter! Was wird jetzt hier gleich kommen? Ne. Meinen ist besser. Oh! Ich bin gar nicht gern hier. Ich bin gar nicht gern hier gerade. Tja... Die Frage ist nur... Wie geht's jetzt weiter? Ach! Okay. Schwarze Station. Begeben Sie sich zur Schwarzen Station und suchen Sie Ullmann. Ich soll Ullmann suchen? Who the fuck is Ullmann? Wow. Haaa? Also ich hab da gar nicht hingemusst, oder wie? Okay. Okay. Verdammt. Hä? Ach! Man, 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 man. Okay. Okay. Alles klar. Was haben die für Ausbildung in die Dinger, hä? Äh... Verteidigung, Ladevorgang, Text. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die Schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Tja, dann würde ich sagen, probieren wir das einfach mal noch. Andererseits... Äh... Ne, ich mach hier einen Cut. 17 Minuten um, das reicht erstmal. Ähm... Ja, ich glaub das ist jetzt inzwischen schon der elfte Part von dem ganzen Gedöns hier. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und bis demnächst hier bei NerdRage LP. Eeeet ururu! Pflanze, Häusche. Das ist wichtig. Das ist jättig hat. Vielen Dank.